Ein legitimer Nachfolger von Günter Netzer, ein Freistoß-Kunstschütze. Hier also die Aufzeichnung dieses Treffers für Malaga. Und jetzt kann man es nochmal ganz deutlich sehen, bei diesem Freistoß hat der Keeper kaum eine Chance. Unglaublich. Besonders natürlich noch in der Wiederholung. Für solche Momente, da lieben wir den Fußball. Das Ganze jetzt nochmal von einer anderen Kamera eingefangen. Danke an die Regie.